So, nächste Mannschaft ist bei uns, Ljubljana Gusto Santic. Die haben ja mit der 122 den Dillon Hopkins, den Australier, gestern am Ende der letzten Runde. Da waren ja zwei Leute vorne. Es war, ich denke, harder als wir expected. Die Gruppe split quite a lot. In the end, ich denke, ich sah ein bisschen an opportunity mit 25 km zu gehen. Und ich habe mit Jumbo. A lot of the teams really race aggressively here. And there's not really a team controlling. Everyone wants to be in a small group. Wir haben eine gute Gap. Aber wir haben über 2 km zu gehen. Vicky, ich denke, hat ein bisschen verloren in der Sprint. Aber wir haben alle zu play für heute. Es ist eine 1-day-race für uns. So, ich denke, wir werden wieder aggressiv. und ich denke, wir werden nicht darauf Черnen. 10-Euro-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Baal-Feestä haben, Die どneh 대해 nie selbst in knapp Division,